Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie aus der Hansestadt Hamburg. Bei bestem Wetter warten wir darauf, dass die Titanic in den Hafen einläuft. Momentan noch etwas viel Verkehr auf der Elbe. Eigentlich sollte sie gesperrt sein. Hier sehen wir jetzt einen Dampfer. Das verstehe ich ja nun nicht, warum der hier noch rumfährt. Das Schiff wird Platz brauchen, meine Damen und Herren. Schlepper. Das sieht gut aus. Hier wieder der Dampfer. Wurde wahrscheinlich gesagt, dass er hier nicht mehr anlegen kann. Denn wir warten ja auf die Titanic. So, nochmal ein Schleppzug. Die fahren schon mal in die richtige Richtung. Aus dieser Richtung, meine Damen und Herren, wird demnächst die Titanic anlaufen. Es ist spannend. Und da sehen wir sie schon. Da sehen wir sie. Das Prunkstück läuft ein. Geschleppt hier von zwei kleinen Schleppern. Fährt die Titanic in den Hamburger Hafen ein. Es ist wunderschön. Die vier Schornsteine obendrauf prangen in der Sonne. Die Schlepper legen ab und drehen und drücken das Schiff jetzt an die Karriere an. Das passt. Das passt. Das sitzt, das sitzt, das sitzt. Das hat Platz, das wackelt. Die Schlepper verziehen sich. Und jetzt hier nochmal ein wunderschöner Panoramablick auf dieses wunderschöne Schiff. Willkommen in Hamburg. Super. Alles klar. Geht, ne?